hallo leute ich bin jetzt mit meinem roller eine stunde gefahren bis nach duisburg hochfeld aus meinem alten firmengebäude wo ich gearbeitet habe 25 jahre lang haben wir alles abgerissen da liegen noch die schrottteile da und daraus haben wir hier eine schöne große grundfläche gemacht wo ihr auch natürlich mit autos kommen könnt und da hinten wo die autos sind könnt ihr auch autos parken also in duisburg hochfeld könnt ihr auch den rhein sehen dann könnt ihr auch mit fahrrad oder zu fuß natürlich auch könnt ihr entlang laufen und ich würde mich freuen wenn mich abonnieren würdet und mich dabei unterstützen würdet ab und zu tue ich mal solche videos rein danke für die unterstützung und bis bald bis bald ab